So, jetzt kommt die Farbe Grün, Kaki, Kaki Grün, Kaki Grün, 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 grün. Also hier haben wir auch ein T-Shirt, also ein Shirt mit langen Armen, wie man sieht, das kann man auch wieder verstellen, mal kurz, mal langen Armen nicht, durch den Riegel. Was ganz tolles an dem T-Shirt ist, also ich finde das super, ist hier das ganze Vordergrund, alles voller kleinen Pailletten. Oh ja, also richtig schön gearbeitet, richtig schön fest gearbeitet und auch diese Pailletten habt ihr dann nochmal mit Nieten, mit Sterndruck gearbeitet, also es gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen den Kick, ne, auch diese Farbenspiele, noch im Grün, ein Kaki, wieder ins Helle rein, dann wieder ins Kaki rein, passend zu dieser Hose, wie wir auch schon mal gesehen hatten, ist jetzt auch ein Kaki da, mit den drei Knöpfchen, die auch den perfekten Sitz hat, ist auch ein Elastan, also hier, also hier noch ein Elastan. Ja, wie du siehst, hier noch ein Knöpfchen, ich glaube du hast die auch, ne? Ich hab die auch, die ist mir ja sehr bequem, also, ich bin richtig begeistert von dir. Ja, ich trage die auch, weil man kann sich drinnen bewegen durch den Elastan und alles, ne, und die Passform sitzt am Po auch, und überall sitzt sie, und auch hier mit den Taschen, die hat auch ganz toll aufgearbeitet, ja, wie man sieht, hier, einmal da, also wie gesagt, ist es so, hat ein perfektes Sitz. Ja, und hier oben sieht man auch nochmal mit den Pailletten, wie man auch richtig mal sieht, wo es Pailletten sind, schaut mal an, wie toll die das eingearbeitet haben, keine langen Fäden, die kreuz und quer auf diesem T-Shirt rumwandern, meistens ist es ja so, nein, das siehst du rechts und links, da musst du aufpassen, damit die, damit sie nicht überall noch hängen, bleibst, jetzt denkst du, verflickst, ich bleib, bin hängen geblieben, die ganze Sauerei, sage ich, das mag, geht dann ab. Ja, 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 diese Sachen, die kommen, wie immer gesagt, aus Italien, und, äh, das Oberteil kommt mit 49 Euro, ist aber schon allein die hochwertige Verarbeitung, und die Hose, die kam auch mit 49 Euro, mhm, also zwei Teile zusammen, 98 Euro, werde ich schon perfekt damit zogen. Das ist eine Bluse, ja, wie man sieht, ne, wie man sieht, ja, hier vorne kann man auch mal Kramen tragen, so ein bisschen, also ein bisschen frecher, also Schultern zeigen, diese Bluse hat hier vorne auch nochmal mit Nieten gearbeitet, siehst du, richtig schön toll, sehr eingearbeitet, die Arme sind kleiner Gummizug, aber ganz leicht, so dass man dieses Teil, das ist auch mehr, ne, ganz leicht, so dass man das nicht immer so tragt braucht, nicht mal langt, aber man kann sich einfach mal, gerade jetzt in die Wärme und Tagen, als Übergang, als Kurzarmbluse tragen, ja, diese Bluse ist aus Fiskose, auch wieder eine tolle Farbe, Kaki, verträgt sich auch wieder sehr gut mit der Hose, die Bluse kommt 39 Euro, super Teil, schon für den Preis, seid ihr immer perfekt angezogen. Ja, die Bluse passt super schön auf die Hose, besonders von der Struktur her, und die hat auch wieder, man kann den Arm langtragen, man kann den Arm kurz wieder tragen, weil die Hunde ist Stopp-Einsatz, ja, und hier oben ist seidig, als Seide ist große, ist auch nochmal hier unten eben auch das Bündchen, also kannst du es jetzt so runtertragen, ja, dass du sagst, okay, ich habe einen kurzen Oberkörper, und will meinen Oberkörper verlängern, ja, oder ich habe einen langen Oberkörper, und will mir Bein zeigen, und lange Beine, mache ich das denn so, ja, also hier kannst du wirklich zwei verschiedene Variationen tragen, und wie gesagt, diese Bluse ist auch unterlegt, wie man hier sieht, also ist nicht transparent, richtig schöne, leichte Seidenbluse, für nur 39 Euro, top, das habe ich auch, das ist eine ganz starke Bluse, sieht super schick aus, ein sehr schönes Shirt, finde ich, ja, ich finde ihn da ganz schön, die Farben, so, und der Stern ist auch wieder da, ja, American Style, der Stern ist auch schon wieder da, ja, genau, du hast einfach einen Stern, der hier noch mit Mieten bearbeitet ist, ja, ganz gut, schön gearbeitet, ja, das Shirt ist aus Baumwolle, hat eine gute Länge, vorne kurz, hinten wieder etwas länger, aber ganz minimal noch, wie man sieht, ja, Farben, richtig schön gehalten, das sieht auch gut aus wie Kaki, bis Kau, und dann ganz aufgelockert, mit so ein bisschen rötlichem Ton, damit das Ganze noch ein bisschen Piff hat, damit er nicht so trist aussieht, ähm, ist gut passend zu der Hose gearbeitet, kann man aber auch, diese Hose haben wir auch in Grau, kann auch so eine grauen Hose getragen werden, ne, zu beiden Farben, dieses Teil kommt 39 Euro, perfekter Sitz, die andere Seite kann man es auch wieder verstellen, mal lang, mal kurz, ja, ist einfach ein Hingucker, würde ich sagen, für Frauen, die gerne so Amerikan leben, ne, die gerne so diese sportliche mögen, also für die ist das das optimalste T-Shirt, und das für Norddeutsch auch. Ein sehr schöner Streckpulli, muss ich ja sagen, sehr schöne, grüne Farbe, passt schön zu der Hose, ist echt super, ja, ist ein sehr schön, äh, du meinst, das Blumenmuster, ne, sehr schönes Blumendruck, ist sehr gut eingearbeitet, also ein Streckteil ist das hier, ein ganz leichtes Blöberschen, geht's für die Übergangszeit ideal, auch mit dem V-Ausschnitt, und dieses Blöberschen hat auch, wie ich schon immer, eventuell, sehr guten Druck, ne, geht's nochmal hier die Arme, so ein bisschen drüber, ne, nicht so viel, sondern dezent gehalten, sieht schick aus, besonders hier auch diese Hose, macht es das wieder sehr gut, äh, dieser Pullover, hat ein Abschlussbündchen, was auch sehr wichtig ist, ne, damit er auch eine schöne, feste Passform hat, und hier unten, sitzt es richtig schön locker, zwar auch ein Abschlussbündchen, aber der liegt so richtig schön locker an, also, kräht so richtig schön, ne, auch die Classic, ja, dieses Teil kommt auch aus Italien, ist auch eine gute Markenware, und erhält nicht, dieses Teil ist auch so, aus Baumwollmischung, ist erhältlich zu 39 Euro, so, ja,